Hallo und Willkommen zurück zur nächsten Runde Let's Play TF2 Heute wieder mit dem Soma Hey was geht'n alter? Und ich würde sagen wir spielen jetzt einfach nochmal ein bisschen Welle 666 Ja mal schauen was dabei rauskommt Das ist eine besondere Aufnahme, weil ich hoffe wir gewinnen nämlich mal Ich will das nämlich unbedingt, mein Gewinn in dieser 666er, will ich auf jeden Fall aufnehmen Weil ich noch keinen gesehen hab, der das jetzt irgendwie geschafft hat Du kennst mich nicht, ich hab's mit Micha zusammen gespielt, da haben wir das ungefähr hinbekommen Das ist kriminell Nicht wundern, ich hab schon Ich hab schon 200 Kills, das heißt ich bin seit 5 Minuten hier, hab 200 Kills Nee, Scherz, ich bin schon ein bisschen länger hier auf dem Server 6 Minuten Äh, Alter Heavy, geh weg, das ist meine Munition Hast du grad mich beleidigt? Bist du Another Taker? Nee, siehste? Kann sein Alter, da neue Raketen war einfach übelst geil Macht zwar kaum Schaden, aber dafür hat er zwölf Schuss Und ich hab gleich eine neue Errungenschaft frei Wer weiß denn das? Der Errungenschaftsfort, äh, Fortschritt wird unten angezeigt Jetzt hatte ich grad 10 von 20, dann 20 von 20 Das ist interessant, warum hab ich die 600 live bitte? Weil du ein Medican dran hast vielleicht Nein, hab ich nicht Vielleicht hab ich Weil du's abgegradet hast, das kann man ja auch Nein, hab ich nicht Weil du ganz viele Gegner abgeknallt hast und deswegen mehr Leben bekommen hast dadurch, das gibt's alles, wo's kann man mitkaufen Ah, das kann sein Oh, guck mal, was soll jetzt kommt über Medix mit hier Guck mal, ich schieße auf dich Was? Ah, da ist er Achtung, Leute kommen Bitches Und, oh, der Med, auf jeden Fall immer auf die Medix, das vergessen hier irgendwie Ich feuer einfach nur drauf, ich kann grad eh nicht mehr machen, weil ich die Medix eh eh sehe Schieß immer nur auf die Medix, oder auch nicht Wenn ich die Medix sehe, dann schieße ich nur 40 von 50, gleich hab ich die Errungenschaft frei, wie cool ist das denn? Warum kommen der ja auch? Das sehe ich aber anders Das haben wir Probleme, weil der in die Typo nur gegangen ist, das auch Geil! Fuck, ich bin tot Spionen auch noch, die Kacke Achtung, Spionen! Ja, ich... Sie wurden getötet Ich bin schon auf der Suche nach den hässlichen Spionen Ich hab schon wieder 700 Ich hab wieder upgraden hier, aber mach ich jetzt nicht, weil ich nicht tot bin Oh, 800 live, fast Was, du hast 5533 Punkte? Alter Echt? Ja Geil WTF Holy shit Wo steht ihr das? Tapp Ja, ich seh das gar nicht, weil mir das ist ja nur Punkt, 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 Oh! Und Punkt, Punkt, Punkt weiß ich nicht, was das heißt Ich bin ja vielleicht seit einer Stunde auf dem Dingsdorf hier also Das ist jetzt meine vierte Welle heute Naja Ding 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 Ich freu mich auch schon auf Weihnachten da habe ich nicht ich bin nicht zu Hause an Weihnachten ja gut das ist Mist aber an sich das passt schon es wird hier genauso geil sein es ist halt ein neues Weihnachten ein anderes Weihnachten als normal komm hier ich will mal sterben ich will upgraden danke ich hatte ja vorhin schon mal wenn aber halt nicht in der Aufnahme ich hatte ja mal mein Uploadplan gemacht Weihnachten kommt ein kleines Spezial Silvester kommt ein Spezial und dafür wird dann Tf2 ein bisschen eingeschränkt weil ich habe ja dann die Folgen mit Micha habe ich ja die Folgen dann und immer kann ich ja und immer jeden Ort ist hier kommt ja auch täglich nichts mehr es ist ja schon mal nice ich versuche an Silvester irgendwie so irgendwas mit äh Silvesterknaller gelungen hochzuladen ah da kennst du hier Grongs Neues ansprachen ne so ungefähr wäre ich das halt machen so einfach ein Belabern mit Minecraft im Hintergrund und am Ende zeige ich mal noch meine Bodenwiese Feuerwerk abfeuert das verspreche ich meinen Abonnenten schon seit einem halben Jahr Alter ich brauche die Muni hau ab und holt ihr euch mal das Geld ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung hier Veko hat ein Feuerwerk was? Achtung Spion müssen wir eins als Spion beziehungsweise ich Achtung Achtung alle Spione das ist jetzt für alle Feuerwerks Fans wie ich so komplett verrückte Typen Veko hat ein Feuerwerks-Advance-Kalender rausgebracht ah nice ich weiß nicht ob es schon länger ist aber wäre ich in Deutschland ich würde mir den auf jeden Fall drei oder vier Mal kaufen Alter kennst mich ja ich bin Feuerwerks verrückt wenn man meine Bilder gesehen hat von was ich hatte alles an Silvester Alter ich hab die Hälfte konnte hatte ich immer noch danach weil ich die gar nicht alles wegfeuern kann ja jetzt wisst das ich bin Feuerwerks-Verwurf da werden wir ja auch noch Tutorial drüber kriegen und auch so nicht ganz sauber wahrscheinlich mit dem Dönermann 490 zusammen wenn wir dann immer so ne Scheiße machen da haben wir ja ganz schön viele Videos das ist das ist nicht egal ne man macht das natürlich nur an Silvester oder mit Genehmigung die Weise ohne Genehmigung ne wieso wir holen uns immer eine Genehmigung wenn wir Vollwert behaupten wen kann es ja nicht einfach so den Nachbarn beim Schlafen stören ne ich sag mal so man kann schon aber da muss man eben auch mit Konsequenzen nehmen Alter die ficken denn Sniper dort unten ne oh hört doch mal auf hier rumzustehen ich brauche die scheiß Muni man jetzt kriegt man wirklich Probleme diese Runde das ist ja wie weit der Tank kommt ich habe aber einen scheiß Raketenwerfer gefunden all ne das ne Scheißer für hier so ungeeignet weil der einfach wenig Schaden macht und ich auch keine Heilung bekommen ich hätte vielleicht Heavy spielen sollen mit Orio wie es Serie macht halt mit Messingmonster weil das ist in dem Moment deutlich angebracht jetzt kommt schon der zweite Alter und die haben noch nicht mehr den ersten da und Alter was sind denn das für schwule Köpper da kommt das nochmal drauf und um Bewegungsgeschwindigkeit ich gehe mal ein bisschen von hinten an den Tanker an mal gucken nur Versuch's mal an die nicht von hinten aber es war noch einmal wird also noch ganz weit weg da gleich ich erst mal ab ich habe ein bisschen so gut oh Spiele sind da hier sind sie doch schon die Komme aus dem Sporn raus auch leck mich am wie ey hör geht der mal alle weg ihr scheißficken denn hier ey ey aus böse Hundis warum haben die so eine range oder eine range gaudi achtung von hinten kommen jetzt ganz viele spionen ja das ist eigentlich relativ egal wenn da der tank jetzt immer noch sein aber alle von hinten von hinten natürlich das ist blöd volle power auf den tank in dein mauer rein so jetzt haben wir mit alles gehabt ich glaube es mehr wachen macht mit am meisten schaden mit dem tank auch noch vielleicht mehr auf die rüchelig e mann und 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 aber ich hoffe dass morgen einfach mal besser ist und nicht trainieren kann morgen habe ich wieder mal eine fahrschule mann mann soll ja wenn man krank ist nicht trainieren das kann ganz übel ausgehen ja ich weiß ich weiß hier moni ding 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 ja ich hoffe das sieht zumindest gut aus ich fange hier die ganze zeit oder versuche halt die typen am sporn abzufangen dass ich auch nicht hinkriegt irgendwie ja ich hab's nie gekriegt Geld 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 ja wie ich ja sehr schön weg ist er oh meine Frotte aber isst du grad wieder m m m m m von wegen ich hab grad getrunken ach so trinken jetzt kein Essen die Taten nee doch wirklich natürlich ist ja geil ein sinnloses Gelaber ich werde das Feuerwerk dieses Jahr so vermissen Alter wirklich gibt's doch in USA auch oder ja die die machen das aber irgendwie am ich glaub 20. Juni oder was weiß ich ne 4. Juli Nationalfeiertag Juli genau und ich gehe am Juni am 18. hab ich Haus nach Haus schalalalalalalalalalalalala hit 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 wenn wir den Medik wenn ich den Medik wegkrieg da haben wir zwei ja ich hab den Medik weggekriegt geil das heißt ich werde so wahrscheinlich geschafft das tut wir können es schaffen Alter wir können es schaffen zieh dir das rein Art und Spione ich hab erstmal andere Probleme Alter ich hätte eine andere Klasse nehmen sollen das geht gar nicht mit dem Kerl hier und sie müssen andere Waffe die Klasse ist ja ok als wenn es noch Geld kommt das Sport definitiv ist das brauchst du nicht sparen ne wenn ich dann die Waffe wechsle ich die andere Waffe upgraden kann das Kielhaus das alles vor Ort alle wie ich einfach mal kaum Schaden noch bei den ficken denn Karl Bastow die Juden Alter die Waffe ist ja also weh ist ach Gottes Willen ich kann meine Waffe nicht wechseln ich darf in den Tank glaube ich nicht es sieht schlecht aus es sieht schlecht aus wenn ich ne wär ich ne Heavy gewesen ich hätt's doch Heavy macht an dem Tank nicht so viel Schaden ja aber auch bei der aber hätte ich vielleicht die anderen in der Zeit weg rum können was oh fuck it die Waffe macht auch kaum Schaden ich weiß ja gar keine eigentlich wir sind auf den medic auf den medic auf den medic Japan so den schaffen wir eh n&m NING 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 DING 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 NING 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 NI NING NI NING prototypes wie viel Punkte habe ich zu Account damit bis es braun wird statt Projektile, Rückstoß, Wut, Leben Munir ich habe noch 3000 übrig ehrlich ja gut weil du hast ja jetzt die Klasse die Gewächte zum Upgraden weil ich habe jetzt in der Hunde habe ich jetzt 72